So, kleines Infovideo hier. Ich mache gleich einen Livestream für League of Legends und zwar werde ich dann mit Kevin und auch noch ein paar Abonnenten ein paar Arams zocken. Wenn ihr mitmachen wollt bei dem Game dann kommt einfach in den Gurkhofer Live Channel oder direkt ins TeamSpeak. Ich lade dann einfach willkürlich 5 Leute ein. Der Livestream wird auf Twitch.tv sein. Ich schreibe euch den Link hier natürlich direkt in die Beschreibung mit rein. Die TSIP findet ihr auf unserer Kanalseite. auf unserem Kanal. Ich schreibe euch die TSIP aber auch nochmal hier unten rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Livestream. Bis dahin. Ciao!